Na, wer bist du? Nein, 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 nicht so weit laufen. So, dabei, zeig uns, wer du bist. Ja, also, na komm, Beinchen hoch. So, ein Mädchen, wie wir erwartet haben, so ganz, ganz, ganz lustiges Mädchen. Stopp, Madame, langsam. So, also, ja, die lässt das gar nicht richtig aufnehmen. Also, an der rechten hinteren Pfote, haben wir gesehen, zwei Zehchen weiß. Das ist unser Mädchen mit rechten, so hopst, wie verrückt. Na, komm her, komm her, komm, dabei, los hier, los, los. Brustflecken keine, doch, ein bisschen da was Schönes, ja, und weißen wir auch kein. Au, 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 die Zähne sind schon ganz arg, und ganz, ganz hübsche Schnauzeh, ja. Ja, 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 ganz lustiges, ganz lustiges. So, warte mal, guck mal, guck mal, hier gibt's Spielzeug, nicht ich spielzeug, hier gibt's Spielzeug, ja, ich kann doch nicht aufnehmen, halten. Na, komm her, komm, komm zur Kamera, komm. So, jetzt. Jawohl, Janikchen. Na, 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 na. Okay, na gut. Jawohl, super, hübsche Dame, super, hübsche Dame. So, schön ritsch, dunkler Fleck auf der Ruder, das haben sie alle. Na, 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 bist du aber spielerisch. Ey, wir müssen beenden, sonst reicht die Zeit für die anderen nicht, ja? Du, beiß ihm da, du. Wir haben aus dir ein Mädchen mit Rosen am Halsband gemacht. Schauen wir mal, wie lange Halsband bleibt. Hier, komm her, komm her. Ja, du, du Wirbelwind, du Wirbelwind, du Wirbelwind. Also, schönen Brustfleck hat sie, kleinen, aber schon zu erkennen, ja? Und an der rechten Pfote hinten, zwei Zähchen weiß. So, du Wirbelwind, ja, jetzt endlich mal, hat sie ein bisschen Pause. Kann man sie, zack, und gehst.